Nicole Kidman trauert um ihre Mutter, Janelle Ann Kidman. Im September verstarb sie im Alter von 84 Jahren. In einem Interview mit Extra sprach Nicole über ihren Verlust. Meine Mutter war ein großer Wegweiser und mein Kompass, erzählte sie bewegt. Janelle Ann hatte großen Einfluss auf Nicoles Karriere. Sie ermutigte ihre Tochter, Schauspielerin zu werden und ihren Träumen zu folgen. Ich wollte sie immer stolz machen, sagte Nicole einst dem Sydney Morning Herald. Ihre Mutter wollte, dass ihre Töchter Chancen erhielten, die sie selbst nicht hatte. Dieser Wunsch trieb Nicole zu ihrem Erfolg an. Als Nicole vom Tod ihrer Mutter erfuhr, war sie beim Filmfestival in Venedig. Sie reiste sofort ab, um bei ihrer Familie zu sein. Bald darauf stürzte sie sich wieder in die Arbeit. Freunde sorgen sich um Nicoles Art, mit der Trauer umzugehen. Ein Insider sagte, Woman's Day. Sie scheint ihre Trauer zu bewältigen, indem sie arbeitet. Obwohl sie wie immer fantastisch aussieht, hat sie viel durchgemacht. Nicole versucht nun, durch ihre Projekte Kraft zu finden. Fans hoffen, dass sie Unterstützung erhält, um diesen Verlust zu verarbeiten. Ihre Mutter bleibt immer ein wichtiger Teil ihres Lebens. Nicole möchte ihr Vermächtnis durch ihre Arbeit ehren. Der Weg der Trauer ist schwer, aber Nicole ist nicht allein. Ihre Familie und Freunde stehen ihr bei.